Die Firma Göwart ist ein Prüfdienstleister. Wir bieten neben der Zerstörenden die zerstörungsfreie Prüfung, aber auch alle Arten von Korrosionsprüfungen für metallische Werkstoffe, aber auch für Gummigurte an. Die Firma Göwart hat sich auf die Prüfanforderungen von Pipeline-Bauern und Blechherstellern spezialisiert. Die Pipelines werden auf lange Jahre geplant und sind auch auf eine sehr, sehr lange Nutzungsdauer ausgelegt. Darum ist es für den Betreiber von höchster Wichtigkeit, dass er sehr, sehr zuverlässiges Material verbaut. Wir können den Pipeline-Herstellern Tests anbieten wie einen Dropway-Tier-Test, einen Fallwerksversuch. Wir können aber auch dynamische Prüfungen auf unserer neuen HW250 durchführen. Das sind bruchmechanische Untersuchungen, aus denen man dann Dauerhaltbarkeiten der Pipelines ableiten kann. Wir haben heute eine Probenvorbereitung gesehen von einem Pipeline-Segment. Auf der Erodiermaschine wird der Kerb normgerecht in die Probe eingebracht. Das fordert eine Genauigkeit von 0,01 mm, was nur auf einer Erodiermaschine möglich ist. Dieser Kerb wird dann auf unserer HW250 von der Firma Zwickröll angeschwungen. Das heißt, es wird ein Riss induziert und dieser Riss wird dann im nächsten Schritt aufgebrochen. Man schaut sich dann die Rissausbreitung im Werkstück an und kann daraus dann Rückschlüsse auf die Materialeigenschaften ziehen. Die HW250 ist eine servohydraulische Prüfmaschine, welche für Norm- und Bauteilprüfungen verwendet wird. Die Stärke der servohydraulischen Prüfmaschine ist ihr weiterer Anwendungsbereich. Sie können Kraft, Weg und Frequenz individuell einstellen. Typische Anwendungsbereiche von servohydraulischen Prüfmaschinen sind Low-Cycle-Fatigue-Versuche, bruchmechanische Untersuchungen und Ermüdungsprüfungen an Norm-, Proben- und Bauteilen. Der Kunde bekommt von uns einen sogenannten CTOD-Wert. Das ist ein Kennwert für das Material und er bekommt aber auch die gesamte Auswertung, die gesamte Dokumentation. Die Pipeline-Bauer oder auch die Blechhersteller können dann mit diesen Werten ihren Kunden ein gutes Gefühl geben, dass sie sehr, sehr hochwertige Bauteile verbauen und eben auch eine langlebige Pipeline oder ein langlebiges Blech erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017